Ja Moinsen, lieber Wohis82, Stefan, du hast es echt geschafft dir die Filme anzuschauen, da bekommst du schon mal zwei Daumen hoch von mir, das ist echt eine Meisterleistung bei, ähm, ja, äh, genau, welche Filme waren das jetzt eigentlich noch gewesen, genau. Genau, äh, also auf jeden Fall, äh, Inglorious Zombie Hunter, genau, äh, bei dem war ich echt so, äh, schick ich ihn dir, das war echt so, weiß ich nicht, so eine, so eine, so eine kleine Racheaktion von mir, ich weiß nicht, warum ich das gemacht hab, ich glaub, weil ich da meinen Spaß dran hab, ich glaub, weil ich sadistisch bin, also nimm's mir nicht übel, ich bin echt ein ganz, ganz netter, und, äh, Bei dem zweiten Film, da wusste ich eigentlich echt nicht mehr, weil ich den, glaub ich, auch nur einmal gesehen hab, ich glaub, ich hab ihn einmal oder zweimal gesehen, ich glaub, ich fand ihn beim ersten Mal gucken gar nicht mal so scheiße, die Nonne von Monza, ja, Ja, ich fand das halt so, ja, weiß ich nicht, ich pack dir ein, ein, ein Film, der so, moah, mh, ja, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ich glaub, du kennst dieses Genre, glaub ich, nicht so, äh, ich auch nicht, ich hab, äh, so, wenn man dann so Tokio Gorpolis hört, dann ist man schon, boah, was ist das denn? Also, Tokio Gorpolis ist überhaupt nicht meins, und dann gibt's ja auch noch viele mehr von den Schienen, und, äh, da muss ich sagen, wenn du schon Tokio Gorpolis hörst, dann musst du schon, äh, gewarnt sein, weil das schon echt, boah, Hardcore ist, ich glaub, das wirst du nicht mögen, das mag ich so gar nicht, und der Glorious Zombie Hunter war auch nur, weil der bei der FSK damals so stark gekürzt war, deswegen hab ich mir den Film geholt, von E-Alliance war der, glaub ich, in der Version, auf jeden Fall, äh, kriegst du von mir, echt Respekt, dass du dir die Filme angeguckt hast, für diese, äh, Lollis, tut's mir echt leid, die hab ich vom, äh, vom Wochenmarkt gekauft, die haben mir eigentlich, mhm, ah, also, mir haben sie schon geschmeckt, wenn du Lakritz magst, ne, aber wenn sie dir nicht geschmeckt haben, äh, tut's mir echt leid, äh, ne, aber echt, meinen großen Respekt, dass du das durchgezogen hast, für mich, ne, Stefan, Warhis82, ja, lasst gerne ein Abo da, für ihn, ich werd ihn unten nochmal verlinken, äh, im Kommentarfeld, und Stefan, dir nochmal, Warhis82, danke, dass du meinen Kanal gefunden hast, ne, ich, äh, freue mich, dass ich dir was Gutes tun konnte, in der schweren Corona-Zeit, das ist nicht immer selbstverständlich, und bleib gesund, und deine Familie auch, ciao, Flumaktmaster Pit.